Energien Februar 2022. Die nächsten Stufen werden im Februar erreicht. Es geht ums Aufräumen. Es wird auch ein bisschen um die atlantische Schuld und das limorische Trauma gehen, die Freiheit im Geist und vor allem behandle ich heute sehr stark den Emotionalkörper und das Sakralchakra. Aloha meine Lieben und seid herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir für euch. Ja, heute geht es um die Energien Februar 2022 und für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Ivi Kappler. Ich freue mich, dass du hier bist, mir deine Zeit schenkst und mir lauscht. Ihr Lieben, nehmt nur das mit, was mit euch in Resonanz geht, was euch berührt. Filtert für euch die wichtigen Informationen raus. Und ja, ich bin wieder da auf YouTube und ich erzähle später Näheres zu dem Organisatorischen. Der Februar. Ja, die letzten zwei Januarwochen kam schon sehr viel über unseren Emotionalkörper in Gang. Es wurde sehr viel aktiviert und wir wurden auch sehr stark ins Schwingen gebracht. Ich spreche gleich darüber, welche übergeordneten Themen und Bereiche sich verstärkt zeigen und was wir auch eben mit Atlantis und Limorien gemeinsam haben in dieser aktuellen Zeit. Ja, ihr erhaltet Impulse und vielleicht auch die ein oder andere Inspiration, die euch unterstützt und die euch kraftvoller und fokussierter sein lässt für diesen Monat. Wie immer freue ich mich über einen Daumen nach oben, das Teilen des Beitrags und ihr seid auch herzlich eingeladen zu schreiben, was euch aktuell bewegt, wie ihr euch fühlt und was gerade eure Themen sind. Danke, ihr Lieben, dass es euch gibt. Ich finde es wunderbar. Das ist so eine tragende Gemeinschaft, die wir hier haben. Und ja, von Herzen danke für eure lieben Worte, eure Bilder, eure Nachrichten und eure Spenden. Ihr seid großartig. Ja, kurz zwei Sätze zur Organisation. Da ja mein YouTube-Kanal bereits zweimal gelöscht wurde und jetzt schon zwei Videos entfernt sind, die ich auch nicht wiederherstellen kann, verweise ich einmal in der Infobox auf meinen Zweitkanal bei YouTube und auch auf den Alternativkanal auf Odyssee. Ja, dann starten wir. Ja, während uns Saturn im Saturnjahr letztes Jahr stets die kalte Realität vor Augen führte, verhilft uns Jupiter dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen und das Undenkbare zu denken. Und gerade das Zweitere, das Undenkbare, die Wunder, an die dürfen wir denken. Wir dürfen sie in der Zeit auch einladen und ihnen einfach den Raum geben, sich auszubreiten. Ist das nicht wunderschön? Ja, die nächste Stufe ist erreicht. Und wie bei einer Treppe, wir gehen Stück für Stück und schälen uns aus den zu klein gewordenen Kinderschuhen, um in unsere wahren Fußstapfen treten zu dürfen. Und das alles ist ja schon angelegt. Alles findet auch jetzt statt. Ja, tauchen wir in den Februar ein, ihr Lieben. Die Qualität dieses Monats hat seit jeher eine Umbruchs- und Reinigungsstimmung erfahren. Februare bedeutet säubern, reinigen, wegfegen. Und tatsächlich sahen unsere Vorfahren diesen Monat als eine Zeit der inneren und äußeren Sammlung, der Erneuerung. Und sie waren beschäftigt mit tiefgreifenden Aufräumprozessen. Damit wurde auch die Ausrichtung auf das Neue, was kommen darf, eingeladen und gesegnet. Frequenztechnisch unterliegen wir auch starken Anhebungen. Die kollektive Energie wirbelt das Dichte in uns auf. Wie wir diesem Geschehen im Außen begegnen können, sind wir auch dringend aufgerufen, in unseren eigenen Inneren zu spüren, was dadurch lichtet und abtransportiert werden möchte. Es geht nun in diesem Monat wirklich an die Wurzel, an die emotionalen Toxizitäten bis hin zum Überwinden alter Schuldthemen und der Aufarbeitung der Urtraumata, um in unsere wahrhaftige Wertigkeit zu kommen. Und dazu erzähle ich später Ausführliches. Wir können diese Zeitqualität gut dazu nutzen, unser Körper, Geist und Seele System durchzuputzen. Also auch mit physischen Reinigungen, Fastenkuren, Entgiften. Auch kann es passieren, dass wir emotional in eine Art Taumel geraten können und zwischen den bereits gewonnenen Ergebnissen der Innenschau auch dem, was noch so vor uns liegt, dann nicht mehr klar durchblicken können. Die Realitäten verschwimmen oder überlappen. Und so dürfen wir uns an einigen Stellen vielleicht doch die Frage stellen, in welcher Realität bin ich gerade und welchen Anteil trage ich dazu bei. Und dabei könnt ihr immer mit eurer Aufmerksamkeit tief in euer Herz gehen und einfach der Führung vertrauen. Weil es ist ja oft so, dass wir auch Gedanken eingegeben bekommen und deswegen immer wieder zurück ins Herz prüfen, den Herzenskompass ausrichten und schauen, wo befinde ich mich gerade in meinem Leben. Ist das tatsächlich meine Realität? Ja und grundsätzlich habe ich auch dieses wunderschöne Bild vor Augen, dass während einige sich noch die Schnürsenkel binden und gebückt diese Treppe, die vor ihnen liegt, hinaufblicken, so sprinten die anderen schon ganz emsig die Treppenstufen nach oben. Und genau dafür steht der Februar. Die nächsten Stufen werden im Februar erreicht werden. Gleich zu Beginn des Monats findet am Tag des Neumonds auch das keltische Jahreskreisfest im Wolk statt. Dieses wird von dem ersten auf den zweiten Februar gefeiert. Ein Lichterfest, um die kraftvolle Energie des Frühjahrs einzuladen. Im Wolk bedeutet auch im Bauch übersetzt und symbolisiert wird hier das wachsende neue Leben und auch die wachsende Lebenskraft, die in uns und um uns zurückkehrt. Und wenn wir so nach draußen blicken, können wir so das Lebendige der Natur noch nicht ganz greifen oder sehen und trotzdem kehren die Säfte in die Stängel und Äste der Pflanzen und Bäume zurück. Und auch die Tierwelt macht sich bereits mit leisen Geräuschen bemerkbar. Die Zeit der Erneuerung ist da, die Zeit des Erwachens. Und so wie die Kraft des Lichts ebenfalls zurückkehrt und unsere Seele umschmeichelt, weil wir hier im deutschsprachigen Raum wirklich wenig Licht abbekommen und es so wichtig ist. Und ich sage auch immer, blickt so leicht blinselnd in die Sonne und lasst euch diese ganzen Lichtcodes, die unsere wunderschöne Sonne gespeichert hat. Lasst die übertragen. Geht raus und lasst auch die Sonne an eurer Haut, wenn sie da ist. Ja, und dieses Licht durchdringt uns und lässt uns wieder neu erwachen. Mit diesem Mondfest beginnt die helle, lichtvolle Jahreshälfte. Und dieses Fest stand auch in enger Verbindung mit der Licht- und Feuergöttin Brigitte und wird deshalb auch in einigen Regionen Brigitts Tag genannt. Von den Katholiken kam dann später der Name Lichtmess. Ja, für unsere Ahnen war dies die Zeit, die Seele zu klären, zu formen, sich auf das Ende der winterlichen Ruhezeit und auf das sich ankündigende Frühjahr vorzubereiten. Und das Frühjahr wird uns sehr viel Freude bringen. Wir können am Tag von Imbolc auch gerne ein Feuer machen und uns von den Restenergien des alten Jahres verabschieden, uns erleichtern. Oder wenn ihr Lust habt, könnt ihr auch eure Wunschzettel und Deklarationen, die ihr zu Papier gebracht habt, dem Feuer übergeben. Das finde ich besonders schön. Ja, jedes Fest hat auch seinen eigenen Geist und lässt bestimmte Seelenseiten in uns anklingen. Das Wichtige ist, dass unsere Seele mitschwingt und mitklingt und wir uns berühren lassen. So können wir wieder zurück zu unserem Essenz kehren und diese mit der Natur verbinden. Wir erinnern uns. Ein tiefes Erinnern darf stattfinden. Bei genau diesem Prozess steht die Menschheit, wenn ich jetzt hier schon mal die Parallele ziehe. Erinnern, heilen, transformieren. Ursprünglich geht es ja bei all diesen Festen um das Thema der Erlösung, Erlösung des Alten, die Wandlung. Und durch die Identifikation und Verschmelzung mit den Wesen der Natur entsteht genau diese Aussöhnung und Erlösung. Und das darf auch in uns stattfinden. Also wir tragen das Alte jetzt auch nicht mehr mit. Im Jupiterjahr geht es auch um das Glück, um unsere spirituellen Fähigkeiten. Und ich finde es so schön, dass auch diese ursprünglichen Feste wieder in unser Leben zurückkehren dürfen und wir sie mit dem jetzigen Lebensstil verbinden. Und dabei ist es egal, ob ihr so ein kleines Feuer in der Natur macht, wo es sein darf, ob ihr eine kleine Feuerschale auf eurem Balkon oder eurer Terrasse habt. Feuer hat einfach eine reinigende Wirkung. Und worauf auch zu achten ist, dass es jetzt keine aufgesetzten Rituale sind, um hier nicht irgendwelche falsche Geister zu nähern, sondern einfach ganz natürlich eine Segnungs- oder Dankbarkeitsarbeit zu verrichten. Ja, der Neumond im Wassermann steht mit der Konstellation Saturn und Uranus für die Freiheit im Geist. Das Ausbrechen wollen aus diesen starren Strukturen. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht. Das ist jetzt etwas, was in der Materie sehr greifbar wird. Und seine Wirkkraft, also die des Mondes, wird durch die Wassermann-Energie diesmal noch stärker und bringt uns sowohl die Antriebskraft und auch den Umschwung, was langersehnte Wünsche, Visionen oder Ziele angeht. Wir können diese Kraft gut für uns nutzen und vor allem auch in Gruppen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, der Vollmond wird eine tragende Rolle spielen und wir dürfen wirklich offen für die Wunder sein, die uns im Februar und bis in den März hinein geschenkt werden. Wir sind hier nicht alleine, möchte ich noch betonen. Es wird viele Überraschungen und Offenbarungen im deutschsprachigen Raum geben und wir dürfen unsere Freiheit als oberstes Gesetz der Schöpfung annehmen. Wir dürfen daran glauben. Und dieser Mond vereint genauso die Aspekte des Wachstums und der Wandlung. Und das werden wahrscheinlich die wichtigsten Worte dieses Jahres sein, denn wir wachsen über uns hinaus und gleichzeitig verwandeln wir uns in den neuen Menschen, der wir ja Stück für Stück bereits schon sind. Und das werden wir bis in die kleinste Zelle spüren. Die gesellschaftliche Verantwortung und auch die Verantwortung jedes Einzelnen rückt im Februar auch in den Mittelpunkt. Und wir werden auf tiefen Ebenen inspiriert, in unsere Wahrhaftigkeit und auch in die Klarheit zu gehen. Der Zuträglichkeit wird eine Grenze markiert. Und das darf auch jeder für sich selber tun. Also diese Grenzen, diese unübertretbaren Linien sind schon da. Und genau das ist ja der Reifegrad jedes einzelnen Menschen. Und so wird auch die eigene Grenze, die Liebe zu uns selbst signalisiert. Ja, 2022 ist ja die Findungsphase des Übergangs und bringt die Menschen letztlich dann auch in die Stabilität und Transformation. Und das ist das Jahr des Umflügens. Und was besonders schön zu sehen ist, ist, dass der Glücksplanet Jupiter hier diese tragende Rolle der Vorherrschaft, der Expansion, dem Wohlstand, der Fruchtbarkeit und auch die Moral und Gutmütigkeit wieder zurückbringt. Und das sind alles Werte, die in diesem Jahr immer wieder aufs Tableau kommen. Ja, und wie ich vorhin sagte, jetzt gehen wir ins Eingemachte. In den letzten beiden Januarwochen konnten viele von uns eine Veränderung der eigenen Schattenthemen feststellen. Es kamen hochkochende toxische Emotionen, Schuldzuweisungen und auch Konfrontationen mit dem Oberflächengeschehen zustande. Und diese Themen umkreisten uns. Und pieksten uns immer wieder genau da, wo wir es scheinbar auch gebraucht haben. Ja, und die Fenster der Heilung, diese atlantischen Schuld und des lemurischen Urtraumas sind geöffnet. Das hat schon damals im Sommer bei der Flut begonnen. Und so gehen wir Stück für Stück diese Schuldthemen und auch diese tiefliegenden Traumata, die über so viele Inkarnationen in unserem Zellbewusstsein gespeichert sind. Die gehen wir jetzt durch. Ja, es kommen auch Energiefrequenzen zu uns, die aufgearbeitet werden möchten, jetzt unabhängig davon. Da ja dieser spiralförmige Aufstiegsprozess immer wieder dort anstößt, wo wir noch in die Ganzwerdung kommen dürfen. Und teilweise sind diese Trigger dann so stark, dass unser Emotionalkörper regelrecht vibriert. Ja, um es ein bisschen deutlicher zu machen, ich werde dazu ein Video machen, wo es um die atlantische Schuld und um das lemurische Trauma geht. Das ist alles schon in Vorbereitung. Und um es einfach kurz mal anzureißen, worum geht es? Was ist die atlantische Schuld? Also natürlich geht es bei Atlantis um die Flut. Ja, dieses Trauma hatten wir bereits, diese Schuld. Und um zu verstehen, wieso diese Wirkungsmechanismen sind. Ja, also alle Seelen, die wichtig waren damals, um Atlantis retten zu wollen, um den Fall zu verhindern und die, die natürlich auch diesen Fall produziert haben. Und was sich dann später auf Lemurien ausgewirkt hat auch, weil ja auch Lemurien dadurch untergegangen ist und in sich zusammenbrach. All diese Seelen sind hier. Und jeder hat in der jetzigen Inkarnation eine spezielle Rolle. Also es ist sozusagen auch eine Reinszenierung, so könnte man es auch nennen. Aber spezielle Schuldthemen, wie zum Beispiel, ja, diese Unterordnung, die damals stattgefunden hat, auch gezwungenermaßen, findet auf der dreidimensionalen, vierdimensionalen Ebene aktuell ja immer noch statt. Wir sind ja mittendrin. Und wir haben einmal das Thema der Unterordnung, wir haben einmal das Thema der Verblendung. Ich glaube, darauf brauche ich nicht näher eingehen. Dann natürlich die Infiltration. Das findet auch schon länger in den deutschsprachigen Räumen statt und spielt sich hier auch global ab. Und natürlich wird immer wieder von Hybriden gesprochen. Also Hybride, ein Mischling. Wir haben es ja in der Automobilbranche. Wir haben es, ich glaube, bei diesen Smart Homes. Also vieles wird hybrid. Sogar einige Banken werben mit dem Slogan Hybrideberatung. Und nichts passiert ja zufällig. Also das heißt, so bestimmte Begriffe werden uns dann auch immer wieder in unsere Köpfe eingepflanzt. Und Hybride waren damals auch ein Thema, also Thema Experimente. Und dieses Wort bedeutet ja Mischling. Also etymologisch ist es auch mit dem Wort, mit dem griechischen Wort Hybris verwandt. Und Hybris wiederum bedeutet Hochmut und Überheblichkeit. Und es gibt ja auch diese spirituelle Hybris. Das heißt, wenn man sich in einem ja sehr überheblichen Ego wiederfindet. Und hier gibt es auch Parallelen zu Atlantis, der Hochmut, der vor dem Fall kam. Und dann wird auch noch das Thema der Schwarmintelligenzen angestoßen. Und dieses hat ja bereits begonnen. Das ist auch ein Thema, was atlantisch zugehörig ist. Also es gibt noch viele andere Dinge. Das sind jetzt mal so die größten Themenpfeiler, die uns auf emotionaler Ebene sehr stark berühren und belasten können. Und näher gehe ich dann in meinem Video, wo es speziell um diese Themen Atlantis und Lemurien geht dann ein. Ja, Lemurien war ja das schöne Reich der Tiere, der Pflanzen. Und Lemurien war ja zu der Urzeit damals nicht dual. Die Dualität kam dann später, nachdem auch Atlantis in dieser Sphäre gewirkt hat. Und die Dualität ist ein Trauma, ein lemurisches Trauma, was viele, die gerade so auf der Suche sind nach der besseren Hälfte. Dieses Zwillingsthema, wo ist meine bessere Hälfte? Weil auch die Lemurier haben dann zu einem späteren Zyklus Geschlechter erhalten. Also es gab es ja wohl männlich und weiblich. Und sie waren stets auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte und sind quasi so aus dieser Ordnung gefallen. Früher hatten sie das vereint in sich und später in der Dualität haben sie das gesucht. Und dieses Zwillingsthema ist ja auch etwas, was gar nicht so bekannt ist. Also gerade dieses Phänomen, dass sehr viele Seelen zu zweit inkarnieren im Mutterleib und ein Zwilling dann, ich sage jetzt mal, in den ersten Wochen, Monaten dann abgeht und sich verabschiedet. Und die Seele, die zurückbleibt und inkarniert, immer wieder dieses Gefühl hat, alleine zu sein, nicht vollständig zu sein, nicht komplett zu sein oder auch nicht in die eigene Kraft kommen zu können. Das ist sehr stark lemurisch behaftet. Und was auch noch dazu kommt und das ist auch ein, ja, ein größeres Thema, neben dieser ewigen Suche nach der besseren Hälfte, auch plötzlich sich in einer Inkarnation beendet zu sehen, obwohl man alles richtig gemacht hat. Also viele Lemurianer, die auch aktuell hier auf der Erde sind, wundervolle, schöne, kraftvolle Seelen, Menschen, die manchmal sich nicht zutrauen, ihr Licht leuchten zu lassen. Also da ist schon so ein Widerstand da, weil man könnte ja irgendwie gesehen haben, man könnte ja irgendwie gesehen werden. Und auf der anderen Seite, dieses Ende des Lebens damals, also diese Lichttore nicht erreicht zu haben oder Dimension Tore einfach nicht mehr geschafft haben, dahin durchzugehen, weil Lemurien so schnell zusammengefallen ist. Und hier wurde einfach jemand plötzlich aus seiner Inkarnation geschossen. Und da ist auch so ein großes Thema, habe ich alles richtig gemacht, ja, bin ich auf dem richtigen Weg, mache ich alles richtig, muss ich mich irgendwie absichern. Und das wird gerade so stark in uns aktiviert. Und das findet sich auch wieder im zweiten Chakra. Und wir dürfen hier jetzt endlich in die Heilwerdung gehen, um in diesem Jahr 2022 dann wirklich bestärkt und, ja, mit voller Power den Weg beschreiten zu können. Ja, der Emotionalkörper, ich gehe jetzt mal auf den näher ein, denn der Emotionalkörper ist ja dem Sakralchakra zugeordnet, Sexualchakra auch genannt. Und wir gehen hier sehr stark eben in diese tiefe Transformation, in diese alte Wunde, die in der aktuellen Zeitqualität so immer wieder aufbricht oder immer wieder pulsiert. Und man weiß nicht genau, woher kommt es. Und vielleicht hast du dich jetzt in den Beschreibungen, die ich genannt habe, auch wiedergefunden. Und uns stehen für 2022, wenn wir das jetzt überwunden haben, wirklich die Wege offen. Und wir merken ja auch gerade, es wird von allen Seiten Gas gegeben, dass der Mensch sich jetzt schnell aus seinen Schichten herausentwickeln darf, damit wir in die Überwindung gehen. Und das ist ja auch bewusst so gesteuert. Und dann gibt es noch auf diesen übergeordneten Ebenen gebundene Energien, die ich wahrnehmen kann. Also gebundene Energien auch auf der Erde, die in die Heilung gehen. Und das sind speziell Ahnenthemen. Und das hat auch wiederum mit dem Emotionalkörper und auch mit dem zweiten Chakra zu tun. Also die hängen hier noch fest und werden transformiert, werden auch durch unsere Schattenarbeit transformiert. Und astrale Energien werden aktuell auch gerade verabschiedet. Also alles, was da noch in irgendwelchen Ecken hängt, darf auch gehen, wird durchlichtet und durchleuchtet. Und das ist etwas, was bereits läuft und durch die starke kosmische Einströmung von sehr, sehr machtvollen Energien gerade ab dem zweiten zweiten dann auch unsere spirituellen Kräfte ankurbeln wird. Und wir werden hier auch getragen, weil am 4. Februar durch den direktläufigen Merkur so dieses ganze Leben wieder mehr in den Fluss kommt. Also wir werden auch im Außen merken, dass es immer freier wird. Ja, also viele Restriktionen werden beendet sein. Und wir gehen hier auch sehr stark in die Entscheidungskraft. Ja, welche Entscheidungen treffen wir und was hat uns endgültig ausgedient? Und wir werden auch fühlen, und ich nenne es ja immer das Zwiebelprinzip, wie wir wirklich von außen in die tieferen Schichten durchbrechen. Viele von uns machen diese Arbeit ja auch sehr, sehr lange. Und manche Themen werden uns auf, ja, auf einer anderen Ebene oder aus einer anderen Perspektive dann auch immer wieder nochmal gezeigt. Aber dann darf dieses Thema auch irgendwann gehen. Dann ist es auch gut. Und natürlich geht es auch um die Heilung der Sexualität. Es geht um die eigenen Schranken, die wir auch gerade im Babyalter nicht setzen konnten. Und natürlich, was ich vorhin erwähnte, nämlich vergangene Schlüsselinkarnationen sind damit verbunden. Ja, und das zweite Chakra, es geht ja hier nicht nur um den Lebensfluss, die Sinnlichkeit, die Sexualität, Kreativität, Begeisterung, auch die Fülle der Finanzen, sondern es geht auch ganz stark um unsere eigene Abgrenzungsfähigkeit. Und hier immer Wahrheit, Klarheit sprechen, sich abgrenzen und auch um unser Geschlecht, ja, um unsere göttlich-männliche oder göttlich-weibliche Energie. Und dieses Chakra hat wirklich jetzt während dieser Pandemie sehr stark gelitten und wurde auch sehr stark belastet. Denn in der physischen Welt kommen diese Gefühle dazu, die wir ja schon lange auch fühlen, dieses ausgeliefert sein, ausgegrenzt sein. Materielle Themen werden ja immer wieder gespielt, wie Geld verdienen müssen, den Lebensstandard halten. Und viele fühlen sich natürlich auch in ihrer Macht oder Kontrolle beraubt, die sie ja nicht abgeben wollen. Und auch diese Gender-Thematik oder dieses LGBT-Thema, die Nachrichten über sexuelle Missbrauchsskandale, Gewalt und Sexualverbrechen, das fühlt alles hier in dieses Chakra rein, wenn wir nicht ordentlich abgegrenzt sind, ja, wenn da noch irgendwie eine Tür offen steht. Und diese sozialen Einschränkungen, die schüren ja auch vieles. Also das heißt, die schüren ja genau diese Blockaden, die dann dort vielleicht sogar verankert sind, wie Einsamkeit, den unterbrochenen Lebensfluss, die andauernde Zurückweisung, die Schranken innerhalb der eigenen Kreativität und natürlich auch die fehlende Bewegung. Also gerade so im Beckenbereich dieses Tanzen, rhythmische Bewegungen, alles, was einfach so um dieses Chakra herum angesiedelt ist, das fehlt uns ein Stück weit. Natürlich vielleicht auch dem Wetter geschuldet, doch es fehlt. Und was wichtig zu wissen ist, dass das Sakralchakra sich ab dem sechsten Monat schon entwickelt in einem Baby. Und die Prägefase, die zieht sich dann bis zum zweiten Lebensjahr. Und das ist jetzt so eine Zeitspanne, die sehr interessant ist. Ich gehe gleich mal näher darauf ein, weil natürlich gerade Eltern, die vielleicht dann wenig Schlaf abbekommen, die beim ersten Kind überfordert sind oder auch einfach wenig Zeit dafür eingeplant haben. Das Leben dreht sich ja, wenn man ein kleines Baby plötzlich in den Armen hält, ist man ja sehr fremdgesteuert. Und je ausgeglichener und stabiler eine Familie ist, also je mehr auch auf dieses individuelle Bedürfnis des Babys eingegangen wird, desto besser können diese Menschen dann im Erwachsenenalter mit ihrer Umwelt interagieren. Also der Halt genau aus diesen frühen Kindheitsjahren unterstützt uns Menschen, um eine bessere Ich-Beziehung zu kultivieren, die Umwelt und andere Menschen auch besser wahrnehmen zu können, ohne dabei so stark durchlässig zu sein. Also das heißt, die Emotionen des Gegenübers dürfen auch dort bleiben. Wir sehen sie, wir füllen mit, aber wir nennen sie nicht unser eigen oder übernehmen sie. Und das ist ein wirklich sicheres Fundament für diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die wir dann in unserem Leben haben. Und dieses Fundament, diese Basis wurde geschaffen. Ja, auch fällt es uns dann leichter, in der eigenen Mitte zu bleiben. Der Mensch ist einfach ausbalanzierter und reagiert auch auf Kritik oder Angriffe nicht so stark persönlich. Und natürlich das Thema Sexualität. Dort hat derjenige, der eben wirklich diese Balance und die Energie, die da schön kreist in dem Chakra, der hat da einfach einen guten Zugang. Und vielleicht habt ihr auch aktuell ein paar körperliche Symptome, die mit diesem zweiten Chakra zusammenhängen. Also das sind grundsätzlich alle weiblichen und männlichen Leiden rund um die Geschlechtsorgane. Ja, also da hängen ja sehr, sehr viele Dinge mit zusammen. Und das ist das. Was auch zum zweiten Chakra gehört, ist die Verdauung, die Verdauungssäfte, die Lymphe. Also alles Flüssige, auch wie Blut. Ja, also Stichwort Blut. Und Stichwort auch, das, was unserem Körper zugeführt wird, ohne dass ich jetzt näher drauf eingehe. Auch der untere Rücken, das Becken, also gerade so die Mobilität, das ist auch etwas, was uns körperlich manchmal einfach, ja, Schmerzen bereiten kann. Und dann auch Nieren- und Blasenbeschwerden, die gehören auch ganz stark dazu. Was ich bei meinen Klienten jetzt häufig wahrgenommen habe, und das sind nämlich auch so Abgrenzungsthematiken oder das Überschreiten eigener Grenzen, Lippenherpes oder Gürtelrose sind schon im Dezember verstärkt aufgefallen bei sehr vielen. Und das hat jetzt nicht nur mit dem zweiten Chakra zu tun, sondern das hat auch was mit einer Strahlenbelastung zu tun. Und natürlich auch mit diesem Thema der Abgrenzung, der eigenen Grenze, die man sich steckt. Also hier ist einfach nochmal drauf zu achten. Und wir dürfen auch diese ganzen Fremdenergien, die nicht unsere sind, aus dem zweiten Chakra entlassen. Also das heißt, fühlt mal in euch rein. Nehmt euer Chakra einfach so vor eurem geistigen Auge in eure Hände. Fühlt da mal rein? Wie fühlt es sich an? Und wenn ihr dort noch irgendwelche Türen offen stehen seht, dann schließt die. Per Intention schließt die. Denn es ist wichtig, dass sich niemand eurer Schöpfungsenergie bedient und hier auch niemand in die Abzapfung geht. Also das ist eure Energie. Die steht uns Menschen zur Verfügung. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, was auch gut tut, sind Meditationen in diese Richtung. Also wirklich mal so in das zweite Chakra schauen. Was möchte da noch nach oben treten? Was wurde noch nicht angeschaut? Und was kann hier geheilt werden? Und besonders interessant ist auch, dass der Vollmond, der am 16. Februar dann im Quadrat zur Mondknotenachse steht, verstärkt diese karmischen Verbindungen wieder nach oben treibt. Und da habe ich ja schon gesagt, Trauma und Schuld. Ja, wir werden aufgefordert, die energetischen Schnüre wirklich abzuzwacken. Ja, und gerade karmische Verstrickungen haben ja oft auch mit früheren Sexualpartnern zu tun, die vielleicht noch über dieses zweite Chakra an uns gebunden sind. Also diese ganzen Verbindungen dürfen wir kappen. Wir dürfen unsere Energie zurückfordern, denn unsere Energie darf auch nur uns zur Verfügung stehen. Und letztlich geht es auch darum, im Februar sehr stark, dass, ja, dass in dieser Welt wieder Verbindungen zwischen den Polen aufgebaut werden dürfen und zu den Gegensätzen. Also ohne dabei diese individuellen Unterschiede zu verneinen. Ja, wir dürfen wieder so in die Einigkeit kommen. Und natürlich heraus, ich mag das Wort schon gar nicht mehr sagen, aber heraus aus einer Spaltung, ja, in die Vereinigung. Und das, meine Lieben, ist doppeldeutig gemeint. Denn es geht um die Vereinigung des menschlichen Kollektivs und es geht darum, sich zu finden, auch physisch. Und das haben wir schon. Und das bauen wir weiter aus. Und im Februar wird da nochmal sehr viel Schwung reinkommen, ja. Wir gehen grundsätzlich einfach den Weg des Aufstiegs, den Weg in die Heilung, den Weg des kosmischen Menschen, ja. Und am 22.02. geschieht nochmal eine große energetische Öffnung und bringt auch das Urvertrauen und die Durchsetzungskraft stärker ins Feld, im positiven Pol. Und das wird sich so anfühlen, irgendwie so ein brennender Kraftstoß, der auch ein paar Zweifel in uns verglühen lässt. Und das wird sehr, sehr schön sein. Also wir dürfen das auch geschehen lassen, uns erlauben, dass das passiert. Und wir werden das stark fühlen. Wir werden stark fühlen, wie schon die Gnadenenergie, die bereits im November Einzug hatte. Die werden wir sehr stark spüren. Und auch die Liebesenergie zieht stärker ein. Und ja, wie ist es denn? Es ist ja so einfach. Kosmische Gesetze sind immer einfach. Verkompliziert haben es andere. Doch die Prinzipien sind immer einfach. Und alle Angstthemen haben einen gemeinsamen Nenner. Die Angst hat immer Angst vor dem Tod. Immer. Weil die Angst möchte nicht sterben. Und so hat jede Angst Angst vorm Sterben. Und wenn wir das mal verinnerlicht haben, ja, was bedeutet denn Sterben? Der Sterb- und Werde-Prozess. Ja, auch in uns stirbt immer wieder etwas, um dann, ja, neu entstehen zu dürfen. Das ist einfach, das ist einfach der Rhythmus. Das ist der Zyklus. Und der Zyklus ist letztlich ein Kreis. Und wenn wir sehen, dass diese Angst noch so stark da ist, noch so stark im Themen, ja, im kollektiven Themenfeld verhaftet, dann werden wir jetzt auch, wenn wir, ja, neutral in die Augen der Angst schauen, dann werden wir auch fühlen, dass wir dort Liebe hinschicken. Dass wir jetzt die Bereitschaft haben, dort Liebe hineinsenden zu können. Weil einfach die energetische Grundlage da ist. Wir sind da gestärkt. Und wir sind nicht nur gestärkt, sondern wir sind auch gewappnet. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen freudigen Februar mit viel innerem Wachstum, Optimismus und Selbstvertrauen. Mögt ihr auch in eure eigenen Werte hineinspüren, sie prüfen und nach eurem Herzen handeln. Genießt die Zeit in der Natur, verbindet euch. Und ich freue mich über eure neuen Wege, eure neuen Projekte und Visionen, die sich manifestieren dürfen. Das brauchen wir jetzt für unsere neue Erde. Bleibt aufrichtig und wahrhaftig, vor allem zu euch selbst. Und wer Unterstützung oder Begleitung in Form eines Seelengesprächs möchte oder sich wünscht, der kann mich gerne per E-Mail erreichen. Namaste, ihr Lieben. Seid gesegnet. Eure Ivi